Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Wir sind im Netzplatz schwingen beim Spieltag Hertha BSC Berlin gegen Schalke 04 und ja es heißt der zweite gegen den vierten wir waren ja vierter jetzt sind wir zweiter und Schalke ist vierter. Dortmund war zweiter jetzt sind sie dritter und Bayern ist immer noch erster. Wir können aber auch Bayern stauben ich weiß es nicht. Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin. Während wir hier gegen Schalke gewinnen wir werden sehen. Xardas ist verletzt wie man im Netzplatz gesehen hat und jetzt der Raxler. Mal sehen ob wir hier höher gewinnen als im letzten Part gegen Augsburg und Bomber. Ja Bundesliga, Hertha BSC Berlin. Die sind auf dem zweiten Platz. Also bei Berlin ist euer so erster, zweiter, dritter, vierter. und dann zweiter und das ist eher so, die können sich die entscheiden, wo die stehen wollen. Uh, ich dachte der geht rein. Und jetzt Franz erstmal mit einem weiten Abstoß nach vorne, Höhe des Köpfts und Schalke jetzt im Beibesitz und Schieder und was macht die Kolder? Bist du grenzt die Wede? Oh, was war das denn für ein Pass voll erbogen? Und Jefferson verfahren? Oh, was war das denn für ein Pass voll erbogen? Und Jefferson verfahren? Draxler, jetzt Wolf, Bomber, Götze, Decol, Draxler, Christian Fuchs, WB Games, Let's Play. Schade. Jefferson verfahren. Morris! Erstmal den Ball weghauen. Morris! Erstmal den Ball weghauen. Da ist Hildebrand. Da ist Hildebrand. Ja, im SS-Player 1, da wird der einfach umgehauen. So, sonst gibt's immer Freistoß dafür. Aber heute immer nicht, nee. Und Decol? Hä? Absatz, ja. Ich dachte jetzt, keine Ahnung, Freistoß oder so. Aber nee. Abseits. Verfahren, Draxler, und haben wir jetzt einfach nach vorne. Jetzt läuft der Message-Player 1 einfach nach innen und schießt einfach mal drauf, aber Hildebrand hat den Ball. und Klär zur Ecke. Jetzt Spongeon-Ball. Der Ersatz für Xardas. Und Morris sollte schießen. Franz einfach mit einer Flanke. Und Papadopoulos verliert den Ball an Morris. Moritz. Moritz. Schade. Höre das? Ticol? 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 Passt doch mal vernünftig. Jungs. Ben. 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 Wagner. Oh,builders. Ah fuck! Nakamura than. Joshir hat poi. Oneoodman Jones. hammer. So, jetzt Wolf. Ah fuck! Ah fuldivo. Сейчас Wolf. Jamin Jones. Wulff. Shit. Kompon alike. Ha fuck! Virgmerce. polished. governor. Ahnung, nein. Bernhard, ja. Ne, Banetta. Banetta ist der. Oh, der ist jetzt die Strafe. Wie ein Draxler macht einfach das 1-0. Christian Fuchs. Ja, klar. Ah, dafür gibt es einen Freistoß. Aber für das Weckicken nicht. Klar. Cooles Spiel. Cooles Spiel. Jermaine Jones. Jermaine Jones. Jermaine Jones. Draxler zu Holtby und jetzt einfach nach außen zu Jefferson Verfahren. Sponjo, geh doch mal richtig hin. So wie Homes. Aber du sollst wenigstens den Ball holen. Und unterla, unterla und da ist Franz da. Komm, Sponjo, mal, nimm doch den Ball mit. Jefferson Verfahren. Warte, Polos. Zwei Minuten Nachspitzzeit. Die Karl. Jermaine Jones. Jermaine Jones. Draxler. Kevin. Fuchs. Zuntala. Fuck. Halbzeit. So, jetzt nochmal alles, alles auf eine Karte setzen. Ich will den Sieg. Runterla. Julian Draxler. Jetzt Mario Götze. Jetzt Mario Götze. Boah, Kevin. Really. Don't piss me off. Piss mich nicht an. Oder piss mich ans Bein. Popatopoulos. Komm, Götze, Götze. Na, Götze. Jetzt Dicol. Dicol ist durch, Dicol ist durch. Dicol ist durch. Dicol. Na. Hildebrand ist OP. Hildebrand ist OP. Oh, Dicol hat die nochmal. Ah, Dicol. Hä? Hildebrand ist OP. Oh, Dicol. Schiri. Egal. Dicol. Ah, nein. Dicol. Aber wirklich, Hildebrand ist OP. So, jetzt Dicol. Dicol. Ah, Mann. Jermaine Jones. Hans. Und Jeff has'n Verfahren. Oh, Verfahren. Komm, Franz. Ach, Götze. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Ah, netter. So, jetzt. Dicol. Come on, Dicol. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Yes! Oh, danke. Danke. Danke, Kevin. 1-1. Und jetzt sind wir zurück. Jetzt sind wir zurück. Louis Holtby. Oh, Mann. Philipp, was machst du denn da? Komm, Draxler. Hau doch. Hau ihn doch weg, Mann. Verfahren. Draxler. Nein. Schön, Morris. Das war ein sehr schöner Pass. Oh, Kevin. Was machst du denn da? Ach, Kevin. Und jetzt, Kevin. Jetzt. Jetzt. Ach, pass doch mal. Jetzt hätt's, äh, lang passen können. Jetzt, Jeffers, sind vorfahren. Hamburg führt gegen Augsburg. Scheiße. Okay, ich muss wechseln. Ich muss wechseln. Das geht anders nicht. Bumball ist im Arsch. Aber ich muss jetzt den Sturm erfrischen. Anders kann ich hier nix reißen. So, vielleicht noch hier die letzte Tore nochmal des Sturms. Nee. Also, alle Spieler hier, die kämpfen hier bis zum Abwinken. Oh, Mann. Wieso gibt's denn jetzt einen Freischuss? Es ist mir... Also, eigentlich ist es ja egal, aber trotzdem. Ja, nee. Einfach nur nur auf... Nehmer und Patrick. Passen. Da ist schon... Bauer anscheinend verletzt. Ich geh mal davon aus, dass es Bomben heißt. Ja, am wenigsten... Ähm... Ja, okay. Und man kann noch laufen. Dann ist es nicht. Komm. Nein, nein. Hau und weg. Huuuuh. Benjamin Jones. Proto-Polos. Jetzt spiel... Jetzt spiel ne... Jetzt spiel ne hinten rum, die feige Sau. Die feigen Schalker. Affelei. Ja, Affelei ist frisch. Affelei. Scheiße. 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 kommen und und weg und um auf einer Eiffel Trenn ihn vom Ball g wenigstens entschuldigen und entschuldigen wenigstens noch an Bayern bleiben zu können ein bisschen sonst können wir uns die Meisterschaft abwinken und zu nah sonst jetzt jetzt einfach nur nach vorne einfach nur nach vorne Neymar Schiri in der Mitte es gibt Nein 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 Spongebung Götze 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 Nein Höre das Nein 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 Scheiße Fuck Fuck Scheiße ja